So, da sind wir wieder. Es geht weiter mit The Forest Challenge. Wir sind gerade auf dem Weg zur Yacht. Beziehungsweise, wir suchen sie gerade. Weil ich möchte da das Hausboot bauen, was auf der Liste steht. Und ich möchte eventuell sogar direkt den Hai töten. Alter! Kann ich erstmal meinen Lizard aufheben? Böde Smoothie! Quatsch! Halleluja! Es geht ja gut los! Wir sind doch gerade aufgestanden! Alter! Oh Gott, ich sterbe. Mediziden! Wir brauchen Mediziden! Ich glaube, es sind alle tot, oder? Tot? Kann ich ja nicht so genau sagen. Oh mein Gott! Wie ging es vielleicht gerade ab, ey? What the fuck? Ne? 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 Da sind noch zwei. Muss ich mich erst mal verstecken. Ich bin noch low. Außerdem hat ein Männchen Hunger. Mom Mom! Die Regel. Oh mein Gott! Drei Stück! Ich geh mal erst mal gucken. Kein Bock, vielleicht wieder zu kämpfen. So. Ich seh ja von hier oben das Wasser auch genauso gut. Das ist auch dringend. Dieses andere Dorf. Oh mein Gott! Oh, hier setze ich mir jetzt noch mal einen Marker hin. Weil jetzt sind wir wieder bei den Containern. Da kriegst du auch immer Safe-Shift-Gröten übrigens. Das heißt, ich markiere das auch einfach mal grün. Weit, Alter, da laufe ich eh nicht an. Am Strand? Ach. Haben wir schon zu weit zu der Einmarkierung zu laufen. Na die hier dürfte nicht planen, so weit. Ach, da war er. So. Grün. So. Ach ne, grün ist auch scheiße, weil... Container. Machen wir es... Blau? Doch, wenn man's blau. Ach, süß. Da sind gleich wieder Schildkröten. Auch mit einem Hit-Übbel. Ja, ja, ich weiß. Den Panzer nehmen wir nicht. Weiß hab ich schon mal was? Ja. Gut, weiter geht's. War noch? Ne, das war nur, dass ich mein Feuer wieder anziehen kann. Bisschen Alkohol. Du wirst wahrscheinlich eh hier müssen, weil... Du brauchst Münzen. Wo ich müssen. Bomben bauen. So. Also, blau markieren. Fuchs. Theoretisch können wir gleich... Ach ne, ich hab ja keine Uhr. Ich zieh mich mal noch ne Uhr. Schade. Für uns noch ne Feder. Geht drauf ab. Geht drauf ab. Geht zum passen noch. Auf die Reihe. Oh, da vorne ist jetzt glaub ich gleich dieser heilige Baum. Wenn ja, dann mach ich... Schade mich gerade kann ich dort. Schade mich gerade kann ich dort. Schade diese komische Geräusche. Aber das hört sich irgendwie nach nem verdammt großen Kannibalen an. Da hab ich noch keine Lust drauf. Hast du schon mal einen an Land, also außerhalb der Höhle gesehen? Okay, ne? Ist ja nicht, ne? Jetzt in dem Spiel mein... So, mit so vielen Armen oder was? Ja, zum Beispiel, oder? So ganz fetteste. Ja. Jetzt? Hier? In dem Spiel? Bei dir, ähm... Pinkhole. Scheiße. So eins hab ich bestimmt eben gehört. Das war zu laut für... Kleinen. Ahja, da ist dieser heilige Baum da sitzen. Also auch immer. Ganz gut. Tieren. Kann hier irgendwas in die Luft sprengen, glaube ich. Ja. Denn sowas findest du zum Beispiel die Pistolenteile. Ahja, interessant. Dynamit kannst du entweder in der Höhle finden, oder in einem der Kannibalen-Dürfer. So ein ganz großes Dürfer. Da gibt es in Kisten... Dynamit. Aha. Damit kannst du das aufstellen. Oder du schmeißt ne Bombe drauf. Genau. Ja. Ja. Ein Boköfferchen. Wir machen jetzt auf. Und die Tür. Schrauben. Heart. Geht so. Bk vuos. Bk. 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 Gj. Bk. 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 giù. Ja, gelb ist ok. Ich hab schon wieder covered im Blatt, wieso? Ah, hier ist auch die Yacht! Sehr nice! Ich hab die Yacht gefunden. Sehr cool. Also in der Nähe der gelben Markierung ist auch die Yacht. Wofür? Da ist der Hai. Aha. Hä? Ich hab doch eben die Yacht gesehen. Geht's hier hin? Ähm. Ich vergiss das glaube ich wieder mit der gelben Markierung, weil... Da steht doch keine Yacht. Aber ich kann schwören, ich hab grad die Yacht gesehen. Dann dreh ich mich hoch und wirst wieder da. So läuft. Hä? Ok, also keine Yacht. Vergiss das. Ich hab keine Ohren im Link dran. Ich hab keine Ohren im Link dran. Dreh weiter. Yacht hier. Doch da ist sie. Vergiss das doch nicht. Da ist sie dann wieder. Jojojo. Sorry. Also irgendwie war das grade voll Buggy mäßig. Okay, also hier muss ich mein Hausboot hinbacken. Damit wir mit dem Hausboot dann den Hai sieben. So. So. Dunk öffnen. Hausboot. Gut. 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 Räume fällen angesagt. Obwohl ich brauch's noch ein Stück weiter gedrückt. So. Also bitte löschen. Also bitte löschen. Gut schon. Hier sind wir näher bei den Bäumen. So. Okay. Und tausend Bäume fällen. Tausend. Lässt nicht mehr. Braust du irgendwann Baumstämme für irgendwas? Oder die 48 meine. Aha. Ja. Magst du nicht mehr mit mir sprechen oder? Äh. Ich war grad in Schildkröten jagen vertieft. Schildkröten. Äh. Denk grad. Du kannst nur nur ein Panzer tragen. Ja. Ich weiß. Ich hab kurz 5 auf einmal gefunden. Was? Ich hab grad 5 auf einmal gefunden. Ah. Ich hab an Land geschwommen. Ja. Ich bin schon wieder covered in Platt, aber ich hab ja gar nichts getötet. Und hier. Oh mann. Mein Mensch ist schon wieder außer Autor. Oh mann. Oh. Oh. Oh mann. Oh. Oh mann. wenn es ruhig mal regnen oder so willst du keine sojas mehr jetzt habe ich keine mehr gefunden unten bei dem katana waren es auch viele so ganze kisten voll als wir das katana gefunden haben ja ich war da war ich aber noch komplett voll leiter mit sober das weit weg von dir ja ja das können auch unsere kisten drin wenn man so eine als kisten mit orangen aufschriften das was wir schon gezeigt hat ist ansonsten wie gesagt kannst du aus dem teich trinken das einzige ist nur also du wirst dadurch jetzt nicht krank wenn du es 12345 das einzige was halt ist es wird deine energie nicht wieder auf du kannst du schon draus trinken dann müsste ich halt irgendwie mal kräuter oder sowas von mal da ja die gezahlt echt übe weil du nicht einmal ausgefunden wollte es gibt auch noch diese hier die brauchst du aber zum beispiel nicht für das normale medizin wir setzen mal noch mal da ach doch ich muss nur mal dann achso jetzt sind wir schon so am strand jetzt nimmst du jetzt mein speer eine fehler oh nice keine eins zwei drei vier so wenn ich jetzt keine verbrauche dann hätte ich schon mal aber wir wollen ja den heytube ich gehe natürlich einfach am einfachsten mit einem boh ich muss dringend mal so energie-mix dinge bauen ja halt zu beiden ich habe das erste mal ein viecher vor meiner hütte alter okay Gott so perfekt das ist doch nicht schlimm oder? ist doch nicht schlimm oder? ist doch nicht schlimm ich weiß noch nicht wie es anfühlt mich riesig aus ich denke dran dass du dir dieses ähm reparaturwerkzeug bauen kommst also steht wie? ist absolut übel am schreien alter hehehehehe kriegst du angst? das ist doch wohl nicht an wie ein kleines man da steht noch einer das hat das so ewig gedauert ähm hört sich nicht an als wärs so klein was? es hört sich nicht an als wärs klein nein oh oh wir können dir natürlich ganz leicht deine palisaden kaputt machen die großen ne? wir können die mega gut machen deine palisaden es gibt eins so ein richtig fettes aber das sieht mehr aus wie so ein einfach nur fett ohne 1000 arme oder beine ich brauche einen maximal zwei hits dann ist es durch durch deine wand andere mit den 1000 armen hat 1000 arme um zu schlagen ob die sind weg oder? doch gut vielleicht dachten sie sich auch ohne ich bin grad ganz erstaunt dass ich hier unten am strand so einfach mein hausboot bauen darf ohne dass kannibalen ständig dazwischen kommen soo ich denke das sollte reichen jetzt hast du dein hausboot eigentlich mittlerweile? hast du das fertig schon? jaja 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 ich werde zwar das fleisch gesammelt ich glaube unsere umstellung reicht auch noch nicht cool ne wahrscheinlich ganz knapp nicht so jetzt soll das hier bis ich fertig hab dann kann ich sogar nicht schlafen so dunkel so dunkel so dann so dann so dann so dann so dann so dann so 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 dann so dann so dann so vielleicht mal gucken vielleicht rechts doch das ist natürlich nice mal arti das ist doch einen noch dann dann so jetzt mal x Vollst du. Einfach ein Züger! Okay, dann fällen wir noch ein Raum. Hoppett! Nuts. Fuck. Petters! Cool. Nice. So cool, dann haben wir das Hausboot auch fertig. Ähm. Ich kann hier übrigens doch nicht schlafen. Voll. Fällt mir gerade auf. Optimal, Alter. Aber beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Hai-Suche und hoffentlich Hai-Töten. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.